also hallo leute zu diesem wichtigen ankündigungs video und zwar fahr ich morgen ab dem montag bis freitag nach wien abschlussfahrt in der schule und dann kann halt in dieser woche logischerweise keine videos kommen also keine streams keine videos und in dieser woche werde ich mir für 18 kaufen in österreich und deswegen schreibt bitte schon mal und in die kommentare was ich denn für mannschaft sprach will auch wenn ein fausen welche mannschaft ich als gelesen mit welcher manche für eine karrieremodus starten soll ich verachten und ja dann bis nächste woche